Wir melden uns mit den Sporttipps vom Sportbund Rheinland zu diesem Wochenende, haben dazu Tanzen, Volleyball, Handball und Skilanglauf in den Kalender geschrieben. Starten wir mit Tanzen und der Landesmeisterschaft der Senioren im Standardtanzen. Hier organisieren die TGC Redout aus Koblenz und aus Neuwied diese Meisterschaften am Samstag um 11 Uhr im Klubheim der TGC Redout in Koblenz findet das Ganze statt. Dann geht es um 19 Uhr in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in der 2. Bundesliga des Damenvolleyballs weiter. Unser Verein aus Neuwied, VC77 Neuwied, spielt gegen TV Dingolfing um die Punkte. Weiter geht es im Handball in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. TV Mülheim gegen MSG Iltal heißt die Partie, die am Sonntag um 17 Uhr in der Schulsporthalle in Mülheim-Kerlich stattfindet. Und aktiv werden könnt ihr in Asbach. Dort an der Eishalle der sogenannten Westerwald Arena organisiert der Skiverband Rheinland eine offene Kreismeisterschaften im Skilanglauf auf einer textilen Läupe und mit Kunstschnee aus der Eishalle. Könnt ihr dort das Skilanglaufen ausprobieren. Also geht dort hin nach Asbach, feuert unsere Mannschaften in Neuwied, in Mülheim-Kerlich und auch die Tänzer an. Das ist tolle Veranstaltung werden und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt die Sporttipps vom Sportbund Rheinland. Das ist die Sportbund Rheinland.